Peggy18 Hallo Leute, Mephi hier und wir spielen weiter Dead Rising 2. Ihr seht, ich bin... hier ist mein Zweitprofil, das ist das, was wir letztens noch gespielt haben. Warum jetzt Dead Rising 2 statt Super Meat Boy? Weil ich festgestellt habe, das Add-on hat tatsächlich ein... Gibt's nicht in Deutschland. Kann man nicht spielen, etc. Und ich habe Angst, dass Capcom das Rückwirkung macht und wir dementsprechend dann auch nix mehr haben. So, jetzt müssen wir es selbst nochmal gucken, wie das ging, ist nämlich auch schon eine Weile her, seitdem ich das Ganze das letzte Mal gespielt habe. Okay. Mein zweiter Nächstes. Mal schauen, ob es läuft, ansonsten müssen wir nämlich mal die... die, 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 die Dings runterdringen, genau. Äh, ich bin am überlegen, die Folgen eine halbe Stunde zu machen, vielleicht auch eine Stunde, das überlege ich mir in Laufhe, das Spiels jetzt. So, wir sind bei N30 noch. Ich lasse mal jetzt die F4S-Anzahl eingeblendet. So, jetzt muss ich mal selbst gucken, ja. So. Konnten wir das eigentlich schon machen? Ich weiß, was... Ach, ne, wir kriegen es jetzt erst. Okay. Ich weiß, was wir hier. sicherlich schon alle denken was wir jetzt machen können richtig waffen kombinieren wir brauchen dazu auch nicht unbedingt die karte das geht auch so und meine stimme ist ja ich weiß so hier den können wir jetzt auch noch auflegen kann ich das eigentlich schon nein sieht nicht so ok jetzt gehen wir mal hier rein sagt hier rein die tür danke da lebt noch eine und jetzt gehen wir kurz zurück von live getrennt was egal das ist nicht für erfolge gerade gedacht so das brechen wir jetzt mal ab so was hast du so tolles ich glaube das ist näher probieren wir einfach mal das aus ich habe nämlich nicht mehr viel so hier sie können direkt abholen ich glaube das kann ich noch nicht nein kann ich tatsächlich nicht nee du bleibst erst mal hier erst mal kurz hier so jetzt muss ich mal kurz gucken ich muss da hinten mach ich es oder lass ich es eins wird es euch doch schon gerne sein also gehen wir mal hin ich muss jetzt nur grad mal gucken wie ich da am besten hinkomme das heißt rein theoretisch da vorne raus ok aber war das so nein sowas auch nicht sowas auch nicht sowas auch nicht nee ich kann es tatsächlich noch nicht schade eigentlich jay wir laufen ja so lang ist ja fast normale schritte ach da kann ich euch übrigens die spezialtechnik von diesen kolben zeigen die gibt 200 punkte bams bams so und weg ja schön finde ich ach ich glaube ich weiß was du hast das so zeig nochmal die karte nee das ist nicht was das die ach das ist das ok dann weiß ich welche das ist wieso achso ok 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 nichts nicht denken spiel das spiel richtig achja ist das schön so langsam zu laufen müsste er jetzt mit nehmen aah viel zu viele zombies wenn es doch zu stark wird dann gehe ich halt doch noch ein bisschen mit der qualität runter also so hier bekommt man ein bisschen geld und hinten kann man macht platz ach ne raus so jetzt muss ich ganz scharf überlegen ich glaube wir müssen rüber dann müssen wir da hoch ja das sieht gut aus das ist ein plan ich hoffe nur davor war eine speichertür war da vorne 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 eine speichertür da wäre eine suche aber eher da oben eine da hinten Oh, ne, das ist zu weit weg. Das wäre... wobei... Das wäre... das wäre... Ach, falls ich sterbe, dann sterbe ich halt. Ich setze jetzt erstmal hier rüber. Ja, okay, das ist gut. Musste ich ins Hotel? Fortuna Park. Okay, wir müssen einmal rum. Ah, sind hier so viele Zombies. Wer hat euch hier eigentlich alle hergebracht? Sicher, dass ich einmal rummüsste? Kann ich hier nicht irgendwie... Irgendwie durch? Jesu durch? Eine gute Idee, glaube ich. Ah, ja, das ist eine gute Idee. Juchentag, ich müsste mal an euch allen vorbei... Ja. Ich sagte... Geht doch mal weg. Da will ich rein. Für mich ist es noch bevor meine ersten Quest ab... Steh ab! So. Geht mal weg. Eine schöne Jacke. Ich will endlich meine neuen Techniker an. Äh... Gehen wir uns Tränke machen? Was konnte ich mir hier hereinstellen? Ich glaube, ich konnte mir Pin Killer machen. Ne, das machen wir. Konnte man das wirklich? Ich weiß es denn grad nicht mehr. Ne, hier konnte man Pin Killer machen. Kannste schon mal lernen, die Äxte zu werfen. Hab ich jetzt den Kopf getroffen? Scheint so. Perfekt. So, ich bräuchte mal bitte dein Vodka. Nun bräuchte ich bitte noch einmal Vodka. Und... Das da. Ja, ich weiß, danke. Wir können uns Tränke herstellen, ich weiß. So, einmal... Es wäre schön, wenn ich noch einen zweiten herstellen könnte. Das andere kann ich nämlich nicht herstellen. So, und jetzt schnell weg hier. Nun müssen wir gucken. Da oben müssen wir hin. Kann man das irgendwie... Wie konnte man noch? Ne, konnte man nicht. Okay, das heißt, wir müssen nach da. Nach da. Da. Ja. Ich weiß es grad ehrlich nicht. Ja. Wir sind richtig. Ah, Gegnern ausweichen. Ne, das lassen wir. Geht weg von mir. Böses von mir. So. Ganz böses von mir. Geht alle weg von mir. Ich bin nicht zu essen hier. Ach ne. Da müssten... Ah, verdammt. Uah. Geht weg. Zieh nicht irgendwo was? So, das reicht. Weg. Weg. Weg, 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 weg. Kann man hier schon rein, ja? Wir müssen nämlich den ganzen Weg jetzt erstmal rumlaufen, weil die andere Tür noch nicht offen ist. Ist aber halb zu wild. Ist nur doof, wenn wir dann sterben. Oh. Also hier ist wirklich... Gehen wir unten lang? Ne, wir gehen unten. So. Jetzt müssten wir eigentlich, glaub ich, nur noch gerade ausschauen. Ne, das ist in Ordnung. Äh. Slow motion. Das macht's aber einfacher auszumachen. Find ich gut. So, falls ihr ne Taschenlampe seht, müsst ihr mal schreien. Dann weiß ich mal die Taschenlampe. Taschenlampe und ein paar Perlen bräuchte ich. Yay. Noch weniger Slow motion. Ne, weg, weg, geht weg. Oh, jetzt, jetzt geht's wieder schneller. Toll. Jetzt wieder langsamer. Jetzt wieder schneller. Wieder langsamer und schneller. Ach komm, wir gehen mal schnell ein paar Punkte sammeln. Schneller, komm, wir schaffen das, wir schaffen das. Komm, 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 komm. Yeah. So, wie komm ich da jetzt runter, genau. Nehmen wir mal das Ganze hier nochmal. Damit ich nen Läppel ab vielleicht noch bekomme. Ja. Man muss halt so, um einige Tricks kennen. Komm, 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 komm. Komm, schneller. Danke. Oh, falsche Taste. Und noch zwei. Komm, 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 wir müssen das jetzt schaffen. Komm, 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 komm. So, und noch eins. Komm, das schaffen wir auch noch. Komm, 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 komm. So, jetzt müssen wir eigentlich genau das bekommen. So und jetzt hier noch? Wir laufen auf der Laufbahn! Na, komm! Das B considering jetzt auch noch? Die Zombies rutschen mit der Rutsche, coole Sache. Wie viele sind denn das eigentlich? No, es geht. Es geht. Ich werd übrigens probieren, alle Händen zu zeigen, aber auch nur probieren. Mal sehen, ob's kommt. Na? Nächste. Srimah, ach ja, okay. Das hat mich jetzt aber aus dem Konzept gebracht. BÖSE! Ich find das lustig, ich find das cool. Schneller laufen! So, konnte man auch was machen, aber ich glaub dafür gab's keine Punkte. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Level Up dadurch, mal gucken. Wenn's treffen würde. Ja, okay. Yay. Und den nächsten noch. Oh ja, wie toll. Komm, geh kaputt. Geh kaputt. Oh, komm, treff ordentlich. Dafür gibt's übrigens keinen großen Bonus, aber... Geh kaputt. Die so viel aushalten. So. Gab's sonst noch was? Ich glaub, das waren sonst alles, was man hier machen konnte. Was war jetzt? Ach, das geht ja nicht. So. So, nächste Frage. So, ein Level Up müssten wir sogar tatsächlich noch bekommen. Das müssen wir hier hoch. Stehen die schon hier? Nein, sie stehen nicht hier schon. Und dann können wir hier was ganz tolles machen. Ups. Da kommt nämlich ne Sequenz. So. Und das gibt glaub ich auch nochmal 10.000. Und sie sind für Stufe 4. Cool. Und das alles, bevor ich nur ein... Was? New skill number. Ist es? Ist es? Testen? Ja! Ist zwar nicht der, den ich wollte, aber er ist auch gut. So, dann wollen wir mal dahin, wo ich eigentlich schon wollte. Böser Zombie. Mwahaha. Böser Zombie. Mwahaha. Mwahaha. Ich find das gut. So laufen wir tatsächlich richtig. Tun wir tatsächlich. So, dann müssen wir hier hinten dann... Böser Zombie. Gestern. Dann durften wir auch demnächst schon die nächste Stufe erreichen. Nämlich soweit wir hier drinne waren. Oder kommt das jetzt noch? Ich weiß es nicht. Wir sehen es gleich. Na? Das wird kommen. Nach dem NATO-Bildschirm. Hey, buddy! Snowflake hungry. Oh ja, ich mag den Bus. Oh ja, ich mag den Bus. Das ist ein Zoll. Das ist ein Zoll. Oh ja. Woah! Guck! Es gibt viele Zolleiener-Bildschirm für sie zu essen. Nein! Nein! Nicht Zolleiener. Das Meer ist rot. Es ist wie all sie jetzt. Sie ist wütend. Es war schlecht. Sie braucht Zolleiener. Zolleiener. Okay, okay. Nicht Zolleiener. Aber ich kann Hilfe. Ich kann sie etwas Essen, etwas Steak. Nein! Die Leute haben mir nicht sehr gut gemacht. Nicht wie Snowflake. Snowflake, mein Freund. Entschuldigung, wir sprechen das über. Was ist dein Name? Theodore. Aber alle haben mich Ted. Das ist gut. Du musst das nicht machen, Ted. Wir müssen einfach schlafen und sprechen das über, richtig? Schön und lang, Ted. Nein! Ted, nicht lang! Sie haben alle gesagt, das! Ted, nicht lang! Stopp, sagen das! Sieh, die Leute sind nicht lang! Wieso ist der da blau? Ich mag Grafikfeder. Und die sind, glaube ich, nicht vom Spiel. Oder ist das nicht? Ich glaube, die sind aber auch nicht vom Spiel. Wenn das sind Grafikfeder. Nee, ist vom nicht, denke ich. Oh ja, jetzt geht's los. Unser erster Psycho-Part. Mein Liebling Psycho-Part. Weil er so schön einfach ist. Und tot. So. Das war's. Was? So. Du bist noch in der. Wie, die Frau? Ich bin. 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 Kiri... Kiri... Time for... Supper... Fehlt da was? Oder kommt jetzt noch eine? Ne, da fehlt tatsächlich... Aua, was? Ja, das ist gerade sehr ungünstig... Gut, eigentlich wurde er meines Wissens immer noch gefressen, also... So, wir müssen jetzt hier erstmal wieder weg... Ah ne, müssen wir nicht, aber... Das Viecher ist dumm... So... Erstmal müssen wir die Waffe wechseln... Okay, jetzt geht's erstmal ins Eingemachte... Autsch... Sooo, von wo kommst du... Komm mal hier so her... Oh... Oh... Ich werde mal kurz die Waffen aufwechseln... Ich glaub, er kommt hier... Nein... Hier hin... Aua... Aua... Weg mit den Zombies... ... Okay, machen wir das mal ganz anders... Okay, machen wir das mal ganz anders... Oh... Äh... Ach, ich hasse das... So, wo bist du jetzt... Ich glaube irgendwo dahinten. Komm mal dahin. Ja, oder? Nee. Er kommt. Ah nee, es funktioniert, glaube ich. Ja, okay. Und jetzt aufpassen, weil das Spielchen wir auf den Wind nochmal machen. Spring! Spring! Okay, er ist wieder weg. Das wollte ich erst mal. Dass er wieder wegrennt. Wo ist jetzt das Fleisch hingeflogen? Da hinten, okay. Ich glaube, das andere hat aber nicht gefressen. Na komm, fress. Sei brav. Ich glaube, das war es jetzt auch schon. Ja. Einer meiner Lieblingssachen. Jetzt haben wir ein Tiger als Haustier. Das ist gut. Ich werde mal kurz die Aufnahmen neu starten. So. Und weiter kann es gehen. Hallo, mein Liebling. Hey, ne, ne. Und Stufe 5. Stufe 5 waren wir schon. Okay. Wir machen erst mal kurz das hier. Komm, Snowflake. Komm mit mir. Kommst du? Komm. Snowflake ist übrigens einer der stärksten Verbindungen. Dummerweise verliert man ihn sobald man ins Haus geht. Sicherheitshaus. Ja komm, Snowflake. Komm mit mir. Lass mal die Summies jetzt so misshallen. Lass mal die Summies jetzt so misshallen. Ach ja, doch. Komm hier. Oh ja, ne. Ich weiß es nicht. Ich will nicht einmal komplett rumrennen. Ach ne, das ist ja draußen. Das ist, das ist auch in Ordnung. Da sind wir richtig. Sollte nur ein bisschen schneller lachen. Dieser Cut mit Snowflake kommen wir übrigens auch was sehr tolles machen. So, wo müssen wir jetzt genau hin? Ach, bist du da runter? Ich will nicht. Oh ja, Snowflake. Ich guck den Boden an so. Ich sehe nix außer dem Boden. Ach komm, holen wir uns mal kurz ein bisschen Geld. So. Wie gesagt, wir holen uns ein bisschen Geld. Oh, Taschenlampe. Gleich mitnehmen. Oh ja, Taschenlampe. Ist das hier schon offen? Oh, tatsächlich. Ah, ne. Weiß noch nicht. Das wollte ich wissen. So, stopp. Da fällt mir grad noch was anderes ein. Wir gehen mal kurz ein Level. Aufsteigen. Alle, die nicht 18 sind, sollten jetzt auf 11 verweckschauen. Die Braav Snowflake davor wartet. Oh ja. Wie schön. So. Und hier noch einmal? Ich glaub dann hatten wir alle. Was? Na ja. Ich weiß das grad nicht. Hey Snowflake, da will sich jemand... Ähm. Dazu sag ich nix. Nein. Da hat's ja ein Level. Yay, Level. Aventure Increased. Combo Card. Was kriegen wir? Molotow Cocktail. Das ist übrigens Zufall, was kommt. Du kannst eins auch in den ersten 5 Levels voll HP bekommen. Ne, ich glaub voll HP nicht, aber... Es könnte möglich sein, nur HP-Werte zu bekommen. Ja. Ja. Eindeutig. Das haben wir eigentlich heute erreichen. Nix. Wo ist ich hin? Ach, da hinten. Oh, das ist gut. Lauf. Lauf eures Lauf. Ihr müsst Bohnen angucken. Guckt Bohnen an. Ja, Bohnen ist gut. Ah, ich mag's nicht, wenn zu viele Zombies... Ich mein, ohne Fraps könnte ich das in voller Auflösung spielen. Ohne Bugler. Ohne alles, also. Es liegt, wie üblich, nur am Fraps. Müssen wir unbedingt noch was hineinfallen lassen. Zwei Zombiespiele haben wir momentan am Laufen. Dead Island und Dead Rising 2, also. Das kann ja nur besser. Ich glaub, da drüben müssen wir fallen. Weg. Nein. Niemals. Geht weg. So. Einmal im Weg freigetreten. So. Reiner. Und noch eine Sequenz, glaub ich. Kommt jetzt. Oder? Ich weiß es nicht. Hm. 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 Nun. Jetzt kurz weiter. Er ging wieder vorbei. Weiyor? Du musst hier aufhören, buddy. Danke. Rebecca Chang, Channel 6 Action News. Chuck Green. Are you serious? From the security video? I thought you'd be long gone by now. Since you're sticking around, care to answer a few questions? I'm not your story, lady. I didn't have anything to do with the outbreak. Right. Sure you didn't. And that tape showing you tampering with the cages was... A fake. I had nothing to do with this. My daughter and I barely got out of there alive. I need to know where you got that tape from and who your source is. Reporters don't reveal their sources, Chuck. That's privileged information. Privileged my ass. That wasn't me on the tape. I'm being set up. Hmm. Why should I believe you? I'm your father. You have to. But you want the big story, right? Help me out and I'll give you an interview. With the prime suspect. It has to be an exclusive. Sure. It doesn't matter to me. I can't tell you my source. But there is a central security room. There'll be footage of everything that happened there. I can show you where it is. Well. That's a start at least. Aren't we gonna need your crew? Hmm. They ran off. With all the equipment. I guess they just didn't want it bad enough. Oh yeah. But we have to. Nee, okay. Come, let's uns. We have a lion by us. Hey, a tiger. He should help us. Here to come. Ah, nice. The people are coming from here. Na, you doomed zombies. Ah, come. Ah, nein. We're with you. Come, snowflake. Let us here behind us. Oh, there's a room. The can I take with. Oh yeah, that's good. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Bitte nicht auf dem zweiten Speicher. Der ist mir nämlich sehr lieb, wenn ihr das nicht tun würdet, das zu speichern. Oh, hallo, snowflake. Wolltest du mir helfen? Aber ich brauch keine. Ähm. Stopp mal. Da ist jemand bei dir. Den werde ich dir mal kurz von der Seite schaffen. Ja, ich fühl mich besser. Lass uns gehen. Lass die Zombie-Sombie sein. Ah. Der hatte was Böses. Oh, nein. Komm, Rebecca. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Oh, snowflake greift an. Ja. Kommst du mal? Bleib dir danach. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wo es lang geht. Ging es? Ähm. Gleich ist der Schläger kaputt, oder? Hallo, Rebecca. Da bist du ja wie. Aber bevor wir weitergehen, musste ich jetzt doch mal kurz was gucken. Nein, okay. Können wir weiter. Los, lauf schneller. Hm, diesmal klappt es nicht. Ach ja. Oh, ausweichen. Ah. Wo war der denn nochmal? Wo war der denn nochmal? Immer dieses Zombie sein, echt mal. Ach stimmt, hier hinten. Oh mein Gott, das Tor ist zu. Was sollen wir jetzt nur tun? Oh, äh. Oh, das Problem. Bist du jetzt? Bist du mit dem, Chuck? Eine Frage, wieso konntest du den Knopf drücken und er nicht? Nun mal so, es ist bestimmt Fingerdrucksystem oder so gewesen. Ich habe zumindest keine Karte durchziehen sehen. Oder hat sie das und ich habe es nun nicht gesehen? Hm, komm, wir müssen weiter. Ja, du solltest eher auf dich aufpassen. Oh ja, viel zu viele Zombies. Mussten wir hier hinten hoch? Ich weiß es nicht. Nein, mussten wir nicht. Dann mussten wir da hinten rein. Nein, Zombies! Hallo! Ah, wir sind drin. So, jetzt wird es lustig. Hm, ist zu. Ähm. So. Es ist locket. Verschlossen. Probier es einfach nochmal. Ja. Und dann ist die Tür offen. Ach, ne. Sie hat da ihre Tricks. Ja. Wo sie recht hat, könnte sie durchaus recht haben. Wow, sieht man, dass jemand nicht sehr ließ den Show. Es gibt so viel. Verdammt! Hier ist nichts nichts, was wir können. Alles wurde zerstört. Chuck. Schau mal das. Kein Zombie hat das gemacht. Was ist das? Es gibt nichts hier, um deine Namen zu entfernen. Aber es wird definitiv prove, dass jemand auf das, was wirklich passiert. Du glaubst mir jetzt? Mal sagen, ich bin intrigued. Chuck, du musst zurück nach dem Bunker, jetzt. Was ist das? Was ist falsch? Es ist Sullivan. Er hat dich auf der TV gesehen. Du musst zurückkommen. Er schreckt sich Kade aus. Ich bin auf meinem Weg. Wait, wer ist das? Stacy, Forsyte. Der Lieder von Cure? Ich glaube. Ich werde dich dort treffen. Oh, das wird einfach besser und besser. Ich werde auch alle Räume offen sein. Oder? Oh, ihr dummes Zombie. Geht mir echt auf die... Entschwinge ich auch noch über dich rüber. Geht mir... Könntet ihr mal bitte getroffen werden? Danke. Ist ja unerträglich heute mit euch. So. American Casino. American Casino. Kommen wir noch da dran vorbei, wo ich vorbei wollte? Ahhhh... Mhhh... Ja, komm hier. Da hinten will ich übrigens noch nicht rein. So, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, ob ich's noch hinbekomme. Ich habe es tatsächlich hinbekommen. Was denn jetzt... Ja, gleich. Ich will's nochmal probieren. Ah, verdammt. Es kommt. Das schaff ich noch nicht. Wow, jetzt hätte ich es fast hier verdrückt. Boah, war das knapp. So, jetzt gibt es tatsächlich noch eine Stufe. Komm, ein Versuch. Die ist sehr schwer. Oh, wow. Du musst eins vorher schon agassiv machen. Ah, du hast nicht viel Sight-Tip-Wall. Okay. Ja, nächstes Mal. Jetzt nicht mehr. Ich muss nämlich wohin. Aber ich könnte noch woanders rein. Ja, da hin. Nimm mich hier. Jetzt geht es auf jeden Fall auf die Tastaturen. Ich habe das noch nie bis nach oben geschafft. Das ist unfair. Komm. Ich will das einmal wenigstens bis nach ganz oben schaffen. Aber das geht nicht. Komm, nochmal. Ich schaffe das jetzt. Bis nach ganz oben. Komm, schneller, schneller, schneller. Oh, nur 300 diesmal. Komm. Wir schaffen das jetzt. Los. Komm. Ich weiß nicht, wie schnell man da drücken muss. Aber ich bekomme es nicht hin. So, jetzt sollten wir aber doch mal tatsächlich so langsam zurückgehen. Aber vorher will ich noch was mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, haben die das geschnitten oder was? Kommt mir nämlich irgendwie fast so vor. Ich bin ziemlich sicher, dass er noch gefressen wollte von Snowflake. Bin ich einem sogar ziemlich sicher, dass das so war. Nicht, dass Capcom das jetzt wirklich schon gemacht hat und die das jetzt einfach geschnitten irgendwie haben. Keine Ahnung. So, was willst du denn? Stick to me! War das hier oder? Ach, das war da drüben. Okay. Ich muss wenigstens noch kurz hier drüben rein. Nämlich deswegen. Das hier will ich nämlich auch mitnehmen. Geht mal kurz weg. Ich muss hier jetzt drüben hin. Dann gehen wir nämlich gleich noch ne Stufe nach oben. Könntet ihr dann bitte? Okay. Okay, ich helfe euch mal kurz. Das ist mir gerade zu unsicher. Komm. Okay. So. Nein, das da. Den Elefanten bitte. Oh, wieso? Jetzt hab ich den nicht in den Nervskopf gemacht. Oh Mann. Warte ich den denn jetzt hier? Da. Mensch, ihr seid zu gemeint zu mir heute. Komm, Snowflake. Wir müssen wohin? Ich brauch dich mal. Kommt einfach. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Kommt. Wir müssen jetzt zurück. Denn die Zeit ist bald vorbei. Die, 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 da. Die, die, dumm, dumm, dumm. Ich smack you. Ja, ist klar. Ich darf den Elefanten nicht mehr verlieren. So. Rein da. Ob ich den Elefanten jetzt in der Sequenz hab? Ich bin mal gespannt. Das wär schon auch geil. Boah, H3. Squad kommt. Oh, es waren noch gar nicht alle da. Schnell zurück. Hups. Sorry. Darauf hätte ich vielleicht achten sollen, ob alle da sind. Jetzt sind alle da. Und hier auch mit. Und nochmal, Alter, bitte. Oh ja. Wie schön. Schön. Schön ist das. Ja. Ganz schön. Sehr schön. 34, okay. Wie alt ist sie? Schau. Squad Komplett. Wir sind eine Stufe gestiegen. Level A. Hilf in Greece. New Skill. Was haben wir für einen bekommen? Ah, okay. Das war das. Was haben wir für einen? Man of the hour. Chuck Green. Ich sollte mich hören, und ich hab dich rausgebracht, wenn du hier bist. Sullivan, ich habe nichts zu tun. Ich sehe es auf der TV. Ich sehe dich, buddy. Entschuldige, wie dieser kleine Schuss funktioniert. Es war nicht ich auf der Tape. Es war jemand in meiner Show-Outfit. Aber guck, ich weiß nicht, ob du mir glaubst, oder nicht. Ich habe drei Tage, bis der Militär kommt hier, um zu prüfen, dass ich inocent bin. Ich werde mich übernehmen, wenn wir nicht mehr bewertet werden. Ich werde mich übernehmen. Ich werde mich übernehmen. Du könntest mir sagen, dass die dritte dritte war. Hey, du bist der TV-Ling. Ich mache dir ein Verhältnis. Wenn du immer auf die Leute zusammenbringst, kannst du immer kommen und gehen. Du sterben da draußen, und wir werden es mit dem Teufel verletzen. Aber kein Mensch wird dich verletzt, wenn der Militär kommt. Du holst alles, alles. Und ich werde das alles, was ich muss machen. Was war das alles? Er schaut zu viel TV-Ling. Sag mir, du hast etwas gefunden. Wir sind in die Sicherheit, aber jemand kam dort vor uns. Alles wurde verletzt. Alle die Tape waren weg. Hey, kein Bild von meiner Frau. Ich bin Rebecca Chang, Channel 6 Action News. Ich bin hier für Hilfe. Oh. Du wirst mich verletzt, wenn ich nicht, dass es sehr hilfreich ist, dass du mich verletzt hast, dass du meine Organisation von einem Verletzungen nicht verletzt hast. Look, ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber klar, dass Dinge nicht so sind. Ich habe die Informationen, die ich damals hatte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du kannst alle die Exklusivitäten, die du willst, wenn du uns helfen kannst, was hier passiert ist. Das funktioniert für mich. Ob du innozentig bist, oder schuldig bist. Ich möchte einfach die Wahrheit. Danke für das Verteidigung. Ich habe keine Hoffnung. Aber okay. Wir arbeiten zusammen. Ich habe ein Blick auf diese Monitoring. Und ich gehe zurück nach oben, um zu sehen, was ich herausfinden kann. Ich werde dir wissen, ob ich etwas sehe. Ja, okay. Hoffentlich haben wir jetzt auch noch den Tattiebären. Ja, haben wir. Continue playing. Wir sprechen gleich schon später. Hallo, ich habe da was für dich. Ähm. Wieso? Wieso funktioniert das gerade nicht? Nehmen wir erst mal dich. Fress sie. Ach man, oh. So, aber jetzt. Ähm. Wieso? Habe ich jetzt auch nicht von ihnen hier irgendwie Punkte bekommen? Doch, oder? Gut, dann probiere ich mal in was anderes. Ich gehe einfach nochmal raus und nochmal rein. Vielleicht funktioniert das. Aber eigentlich. Wüsste das gehen. Hm. Ja, quirlig. Wieso geht das nicht? Und wieder rein. Das ging sonst eigentlich immer. Das ist ja merkwollig. Das will mir gerade nicht reingehen in meinen Kopf. Auf. Dann schlagen wir mal damit. Monster Kau. Also. Hallo Lulu. So. Lass uns jetzt nochmal probieren. Ähm. Okay. Du funktionierst gerade nicht. Egal. Dann gehen wir halt speichern und probieren es nächstes Mal nochmal. So. Gut. Dann würde ich sagen, wir beenden dann die Folge an dieser Stelle. Und sehen uns das nächste Mal wieder bei Dead Rising 2, wenn es heißt irgendwas zu machen. Bis dahin Leute.